Hallo, ich möchte euch heute unsere neue Ultralight Pro Isomatte vorstellen, mit 460 Gramm. Sie ist aus einem ultraleichten Ripschop Nylon gefertigt. Ihr könnt sie ganz leicht mit einem Pump-Sack aufpumpen, weil sie mitgeliefert wird. Ihr könnt einfach die Luft reindrücken und auch die Luft reinspressen. Die Isomatte ist 1,83 lang und 6 Zentimeter dick. Die Matte ist super schön aufgepumpt. 5 Mal den Sack füllen sollte reichen. Die Matte ist voll. Durch das integrierte Rückstauventil kommt ihr keine Luft entweichen. Was man noch dazu sagen muss, die Matte hat eine leichte Isolation im Innenraum, wodurch kommt keine Kälte durch. Den integrierten Packsack Dry Bag kann man auch als Kissen verwenden. Dann könnt ihr Kleidung reinstecken und könnt ihn wieder zusammenrollen. Die Luft rauspressen. Hier habt ihr ein komfortables Kissen für eine gute Nacht. Dann können wir ihn mit dem Schneidung aufrechen. Deskannungsgeladene Sachen für ein längerer Mal des Kissen. Lass uns die Luft rausdecken und mit dem Lass noch aufgeladen.